Hallo, wir sind heute in der Skiwiese mit dem Alexander, mit der Babi, mit Kloan. Es hat so ein geiles Wetter. Schaut mal. Da oben ist mein Hotel, wo ich arbeite. Der Babi. Da oben. Gar nicht mehr, ich hoffe. Was ist das jetzt, Alexander? Seid ich halten? Wirst du dich dann wieder hinsetzen? Wirst du Zeit hinsetzen? Wie ist das? ... Bist du Zeit? ... ... Alexander, der Winke, seh die Tante, ja was gibst du mir das denn nochmal, Söhm, fragst nur Dante sagen, sitzt der人, der, 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 der Felden ist zugreifen, haben, inrischen, 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 fau mal gemeinsam, gemeinsam! So, das war's von der Skiwiesn, ich melde mich später wieder, bye bye.